hallo Frohne ist heute auch wieder mit dabei. Für alle diejenigen, die sich gefragt haben, wo sie so lange bleibt. Sie hat sich das Schmier etwas beleidigt gehabt und jetzt ist dabei nichts gegangen. Deswegen fangen wir heute mit einer kleinen, geschmeidigen Tour wieder an. Homöopathisch, genau. Nur auf der Geraden, so quasi ein Wander-Spaziergang von zu Hause weg. Und ja, schauen wir mal. Langsam wieder steigern, bis wir wieder auf den Berg kommen. Kann noch ein bisschen dauern, ja. Jetzt sind wir froh, dass es so weit schon wieder geht. Aber jetzt wollen wir uns da nicht länger mit dem verzetteln. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und viel Spaß bei dem Video. Und wir haben alle晚上 schon etwas gekauft. Und wir haben schon wieder ein paar weitere Filme, wir spielen uns auf den Bergdorfboden, wir würden die Schmier gestern und, dass du mit einem Tuckstall bis zu Hause seitdem, dass du mit dem Geld ausgestattet für center geht, And we were driving right into the sun And the sun was round the corner, forever young I got lost in your eyes, longing to belong Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Here we come 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 Here we come